Norddeutscher Rundfunk 2021 Ey Klima, wegen dir machen wir nur noch viermal die Woche Steakabend. Worauf sollen wir denn noch verzichten? Hey Klima, wir hier im Kohlekraftwerk setzen auch auf Klimaschutz und benutzen keine Plastikbecher mehr, das muss ja wohl reichen. Hey Klima, was sollen wir von der Autoindustrie noch alles tun? Noch bessere Elektroautos entwickeln? Weißt du, wie stressig das ist? Und wegen dir, liebes Klima, fliegen wir nur noch zweimal im Jahr zu unseren Verwandten. Hey Klima, wir haben doch schon umweltfreundliche Schiffe in unserer Flotte. Also eins, das muss doch mal reichen. Und anstatt Plastiktüten verwenden wir extra unser Einkaufsnetz für die Äpfel aus Neuseeland. Jetzt fliegen wir Politiker schon seit Jahren von Klimakonferenz zu Klimakonferenz. Und wofür das alles? Ich hab schon zweieinhalb Kilo zugenommen vom ganzen Kekseessen. Also jetzt reicht's langsam wirklich. Hey Klima, hey Klima, hey Klima, hey Klima, was sollen wir denn noch alles tun? Frage nicht, was du für das Klima tun kannst. Frage lieber, was das Klima für dich tun kann. Hm. Frage nicht, was du für das Klima tun kannst. Frage nicht, was du für das Klima tun kannst. Frage nicht, was du für das Klima tun kannst. Vielen Dank.